Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Leute, wir spielen heute mal wieder Among Us. Leute, das letzte Video ist von euch... Das letzte Video ist bei euch geisteskrank angekommen, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für den Support bei dem Among Us Video. Freut mich, dass ein anderes Spiel bei euch auch so gut ankommt. Gut, das ist ein gehyptes Spiel, aber egal. Leute, wir spielen heute den krassesten Shit des Graums. Weil wir spielen heute Among Us nur in einem Raum. Die Crewmates haben kaum Vision. Er und die Imposter haben normale Vision, also halt viel mehr Vision. Und man weiß halt... Man sieht eigentlich nur Leichen, so gefühlt. Und mit dabei ist der liebe Marlon. Hallo! Was ist los? Was, Bruder? Das rauche ich für dich, ich stürze ab. Was ist los? Ich hab Angst, ich hab Angst, Hilfe! Und mit dabei erst mal ganz kurz... Leute, checkt Marlon gerne ab. Streamt auch fast immer. Lädt Videos hoch, auch Among Us Fortnite. Lasst Liebe bei ihm da. Und mit dabei aus der Community sind... Salty Crab, Ice Cream, meine Freundin Melissa. Sie heißt Loslissa, weil sie lost ist. Asuna, Elite Daniel, Lost Busty, Mr. Ultra Gaming und ihre Bruder Swily. Ich würde sagen, wir gehen in die Runde rein und viel Spaß! Achso, was ich noch nicht gesagt habe. Die Leute dürfen nur schreiben und die dürfen nur voten, wenn ihr hundertprozentig wissen, wer es ist. Ich bin der Poster. Heute, wir haben ganz, ganz kleine Vision. Wir haben ganz, ganz kleine Vision. Marlon, was für eine Vision hast du? Ich hab eins, heißt ja alles. Du siehst alles, also bist du Impostor, oder? Ja, ich bin Impostor. Ja, aber Jus? Achso, ich hol dich. Okay. Lade, ich bin richtig halb, Digga. Komm, Arlon, wir laufen zusammen rum. Komm, Arlon. Lass da oben. Komm, 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 komm. Wir müssen auf Dings, wir müssen Leichen suchen gehen und wir müssen gucken, ob jemand anderes jemanden gekillt hat, weil wir können jemanden nur auf frischer Tat etappen. Ich bin doch Impostor. So, keine Ahnung. Oh, hier, hier, hier ist jemand tot. Hilfe. Mirka, komm zurück, wir kommen zurück. Na, wir werden reportet. Werden reportet? Okay, ich glaube, die Leute haben das verstanden. Die dürfen nur reporten, wenn ihr hundertprozentig wissen, wer es ist. Okay, Leute, es geht weiter. Aber du bist fertig für mich, ne? Bruder, wo bist du? Wo bist du? Ich bin halt, ich war gerade, du warst auch bei mir, Marlon. Ich war auch bei dir. Ich sind es nicht. Eigentlich sind wir es nicht. Aber wir gehen weiter suchen, komm, Arlon. Ganz entspannt. Aber ich bin eigentlich Impostor, komisch. Hä? Hä? Haben wir zwei Impostor? Basti, geh weg. Basti, geh weg. Oh, Basti, ist bisher ein bisschen fast. Okay, ich lauf wieder alleine rum, weil... Ich komm zu dir. Okay, Pink war gerade da. Pink war gerade... Ey, mir läuft deine Freundin und Basti hinterher. Hilfe. Echt? Ich bin glücklich. Wenn du tot bist, du darfst nichts mehr sagen, ne? Wir reden jetzt von einer Runde. Die wollen jetzt Deckkill machen oder so. Ich weiß nicht, was da oben abgeht, aber... Lass weg hin. Ich zieh deine, Alter. Okay, lass runter, runter, runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ultras, war dir? Er war gerade bei mir. Bei mir auch. Leute, wir laufen runter, wir gucken ganz kurz, ob irgendwo eine Leiche ist. Ich spiel nur mit einer Hand, by the way. Wer ist der? Also, wenn ihr euch fragt, wie er spielt, der ohne Maus und so. Okay, bei mir ist Smiley, bei mir ist Ice Cream. Marlon? Report. Nein, ich hab... Oh, ich hab reported. Was war ich aus der Sinne? Nein, ups, ups. Äh, ups. Skipp, skipp. Ups, das war ich, äh, skipp. Uch. Pink. Warte mal, ist es sicher? Basti, ist es safe pink? Leute, wenn er es weiß, warte, vielleicht wissen wir es ja schon. Pink war es. Oh mein Gott. Ey, guck mal mein Satz jetzt an, okay? Ja. Da muss rausge- äh, raufgezoomt werden. Okay. Okay. Wir machen gleich, Marlon skip, wir machen gleich einen Emergency Call und dann wohnen wir pink raus. Wir machen jetzt gleich einen Emergency Call und wir wohnen pink raus. Pink ist so schon raus. Oh mein Gott, das ist jetzt schon... Ist er? Als er passt ihn. Frisch ist hart, er tappt hat. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Bitte erwarten. Er war. Ja, Digga, Junge, let's go. Erste Runde easy gewonnen, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch irgendwie, dass wir Imposter werden. Wenn nicht, dann sind zwei Crewmate-Runden drin. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Runde. Und, ach, Crewmate, Bruder. Poster wieder, ey, geil. Halt dein Maul. Darf ich mich dann? Komm, Digga, Digga, ich hab dieses Mal bisher einen echt Imposter, Leute. Ihr könnt euch jetzt mal in die Kommentare schreiben. Und gerne einen Like da lassen, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer es ist. Ich tippe auf Marlon. Auf korrekt. Ich sag, es ist weiß. Ich sag, es ist Marlon. Ich töte mal kurz ein paar, ne? Geh weg. Geh weg. Ich hatte gerade gesehen. Daniel ist hier. Was? Was? Hat doch jemand gepackt wurde beim Killen? Asuna hat es anscheinend gesehen. Lost Lister. Ganz, ganz schwierig. Okay. Also. Alle Lost Lister. Nein, 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 nein. Warum? Ich weiß, was wir schon gesagt haben. Spul kurz. Spul zurück. Rewind. Rewind. Die dürfen nur. Wo? Alle Melissa. Es darf kein Selfie-Pod und so gemacht werden. Darf es ja nicht. Ich wohnte mich selber. Nein. Okay, alle Melissa. Schlechte Runde von meiner Freundin gespielt. Aber hey. Aber hey. Ist ja gar kein Problem. Gar kein Problem. Und ich würde sagen, wir haben die zweite Runde, wenn es stimmt, gewonnen. Wir dürfen ja nur sagen, wenn es hundertprozentig ist. Und wir haben wieder gewonnen, Digga. Leute. Und Leute, ich will einen Kommentar. Nur für den Algorithmus. Wenn ihr schreibt nur für Algorithmus, dann ist es nur für Algorithmus. Und ein Like auch nur für Algorithmus. Scheiß drauf. Okay, gehen wir rein. Oh mein Gott. Wieder Crewmate, Digga. Nie in meiner Aufnahme. Okay, Marlon. Wir laufen zusammen rum, oder? Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, Digga. Jo, ruft nicht so hart. Alle verfolgen dich. Ey, Hilfe. Was ist denn? Warum verfolgen mich alle? Was ist der Sinn dabei? Ich weiß es nicht. Die Leute gucken, ob ich der Mörder bin. Ich bin es nicht. Digga, alle Stacks. Ey, gleich kommt ein Stackskill, ne? Ey. Digga, ihr seid so lost. Warum geht ihr rein? Alter, lauft nicht zusammen. Lauft nicht... Nicht zusa... Zusammen. Ja, Stackkill. Lauft nicht zusammen. Hä? Sind die lost, oder was? Sind die lost, Bruder? Was? Was war das denn? Wie random war das denn? Hä? Check ich nicht, Digga. Nur weil ich einen umgebracht habe und ich gesehen habe. Nein, Digga. Leute, wir gehen in den next round. Beste Impostor-Runde. EU-West. Und Leute, schreibt in die Kommentare. Ich sag ganz viele Kommentare schreiben. Hashtag Pümpel. Alle Pümpel. Weißt du warum, Mimed, dass du mit Melissa zusammen bist? Warum? Ihr habt beide nur eingetöntet und wurdet sofort ertappt. Ihr Bots. Digga, Basti versteht wieder den Sinn. Basti versteht wieder den Sinn. Ich werde verfolgt von Basti, Digga, in der Mitte. Ich laufe an den Emergency-Knopf. Da bist du. Guck mal, Basti. Was verstehst du daran nicht, Digga? Was verstehst du daran? Ich darf dann zusammen rumlaufen! Daniel! Er versteht es nicht, Digga. Ich hau ab. Basti ist safe, Digga. Er findet mich immer wieder aufs Dunkel. Er hat nicht reportet. Warum? Ich hab nicht reportet. Wurde er schon wieder gepackt? Also Basti ist es nicht und du auch nicht. Glaube ich nicht. Wenn, dann sind es ganz, ganz schlecht in Posten. Blau. Blau. Was für blau? Gibt zwei. Bleib bei meinem Smuley. Wieso blau? Safe? Man darf nur reporten, wenn es zu 100% safe ist. Safe ist. Er schreibt blau und nennt mich Senpai. Safe ist. Was ist das? Wegen Fist? Ja. Okay, Leute. Smiley wurde anscheinend ertappt. Ich mach's skip. Wenn das real ist, dann wurde bis jetzt jede Runde alle Mörder direkt ertappt. Aber Mirka, du musst überlegen, es ist Aussage gegen Aussage normalerweise, ne? Aber die dürfen nur reporten, wenn die es 100%ig gesehen haben. Ja, Basti ist aber bisher, guckt sein Name, er ist lost, Basti. Er ist lost, Leute. Es kann sein, dass Basti lost ist und deswegen die Runde noch weiter geht. Aber vom Ding her sollten wir jetzt gewonnen haben. Smile was directed. 3, 2, 1. Er hat gelogen. Lost. Lost. Was macht er hier? Was macht er? Will er aus dem Raum rauslaufen? Basti, in Raum. In Raum. In Raum rein. Ja, fein. Aber Basti war doch bei mir. Das heißt, er war es nicht. Ich weiß nicht, warum laufen alle wieder zusammen rum? Das ergibt gerade keinen Sinn. Aber trotzdem laufen wir zusammen rum. Okay. Echcreme. Hier ist Ice Cream. Wo bist du, Marlon? Ich bin oben links, jetzt renne ich runter. Basti ist immer noch unten rechts. Basti bemüht sich aber auch nicht, um jemanden zu killen. Das ist ja das komische. Er war ja auch eben gerade bei mir. Er hat keinen gekillt. Oder er hat ihn davor gekillt, aber es wäre komisch gewesen. Das ist Melissa, Daniel, Marlon. Okay, Marlon, komm. Hand in Hand. Oh, fuck, wer? Wer hat gekillt? Er hat gekillt. Warum wird reportet? Ich, ich, ich. Nee, ich nicht. Hä, es war türkis? Sian, Sian. Wer war? Er hat so einen kleinen Sprung gemacht. Was heißt Sian? Ist Sianid? Türkis. 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 Türken. Türkis. Nein, ich bin nicht 100% sicher. Mit Melissa. Okay, er hat sogar geschworen. Wir müssen mit Melissa. Es ist Melissa oder es ist Rot. Rot war da unter. Melissa hat gesagt, Mr. Ultra hat gesagt, wenn, Leute, dann machen die Leute 1000 IQ-Play. Ey, wenn es Melissa nicht ist, ne? Wenn es Melissa jetzt nicht ist, dann war es wieder Lost. Wenn es Melissa wieder war. Dann war es auch Lost. Noch ein Kommentar in den Kommentaren. Hashtag LostLissa. Wenn es jetzt wieder Melissa war. Bitte, sie war Lost, bitte, sie war Lost, bitte. Es war wieder Lost. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da. Abonniert diesen Abo. Was hast du da? Abonniert diesen Abo. Abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Schaut gerne bei Marlon vorbei, Leute. Lasst Liebe bei ihm. Und, äh, ja. Schreibt rein, ob ihr mehr auf Among Us Bock habt. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.